Hmm, irgendetwas ist hier ganz merkwürdig. Ich hab so ein Gefühl, irgendein Spieler ist hier kein richtiger Spieler. Was hält die Renn von dem Monster weg? Oh mein Gott, Vitamine, was ist mit dir passiert? Das Monster ist versucht, dich zu bekommen! Warte mal, ein Monster? Ja, schnell! Oh nein, sie war das Monster und wir wurden erledigt. Nein! Freunde, heute verwandelt sich einer von uns in das Monster. Und versucht, alles zu erledigen und wir müssen herausfinden, wer in Wirklichkeit das Monster ist. Okay, in was verwandeln wir uns diesmal? Oh, wir sind ein normaler Spieler, Freunde. Und, ey, yo, ey, yo, haben ein paar Dance-Moves drauf, aber einer von uns... Oh! Ist das Monster? Es ist am Jahr! Renn! Oh mein Gott, nein, renn, 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 renn weg, Freunde! Oh mein Gott, der Sheriff hat daneben geschossen, Dunu, Dunu, Sheriff. Oh mein Gott, es ist hinter mir, das Monster ist hinter mir jetzt! Freunde, einer von dem Spieler kennt sich nämlich ins Monster verwandelt. Oh mein Gott, wir müssen aufpassen. Wir können sogar das Monster in der nächsten Runde werden, aber... Let's go! Das Monster wurde erledigt! Vom Sheriff! Let's go! Von der Polizei! Ich glaube, das war die schnellste Runde aller Zeiten, aber welche Rolle bekommen wir als nächstes? Und, okay, wir sind wieder ein Spieler. Ich will auch mal unbedingt ein Monster werden. Junge, ich bin Sheriff. Vitamine? Ja? Oh Mann, ey, ich bin schon wieder ganz normal! Hm, Freund, aber... Okay, ich hab hier alle im Blick. Irgendwer von euch kann sich jetzt ins Monster verwandeln. Bist du? Bist du? Äh, nein, ich bin nicht das Monster. Guck mal. Nein, nein, ob du Sheriff bist? Nein, leider nicht, aber... Oh mein Gott, wo ist das Monster? Ist hier keiner ein Monster? Wo bist du? Ich bin ganz oben... Ja! Vitamine? Ich geh weg von dir. Ich geh ganz weit weg von dir. Okay, warte mal. Ich verwandle mich! Ich kann mich nicht mal verwandeln. Ich kann mich nicht mal verwandeln. Ich dachte... Oh mein Gott, ich dachte, du wärst das Monster. Nein, Mann, das ist so cool. Ich will auch mal werden. Oh mein Gott, sie könnte es werden. Er könnte es sein. Ah, ich hab eine geile Dance-Moves. Aha, aha. Aha, aha, aha. Jeder könnte das Monster sein. Oh yeah. Oh mein Gott, du musst echt gut aufpassen. Ich seh's Monster! Vitamine? Ja. Du bist das Monster! Ja! Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Taschen kommen. Du warst mir zu ruhig. Du warst mir zu ruhig. Freunde, wir werden uns verstecken. Oh mein Gott. Leute, ich bin's nicht. Glaubt mir doch. Ähm, ähm, ähm. Ja, ich bin das Monster! Komm her! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich hab auf die... Wo ist das Sheriff, Freunde? Leute, ich weiß nicht, wo das Monster ist. Oh mein Gott, Freunde. Darum die Sheriff's Waffe. Schnell! Ich hab die Sheriff's Waffe. Komm her, Vitamine. Aber... Bist du auch bereit, gegen das Monster zu kämpfen? Und... Boom! Oh nein. Nein, 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 nein. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin weg! Oh mein Gott. Er hat's wieder verwandelt. In deinem normalen Spieler. Wo bist du hin? Ich hab mich versteckt, mein Freund. Muss doch hier irgendwo sein oder so. Um die Ecke oder so. Ich werde mich so leicht nicht zeigen, das sag ich dir. Nein! Let's go! Wir haben das Monster besiegt. Oh mein Gott. Du warst es einfach. Ach, Money! Oh, vielleicht werden wir es aber die nächste Runde. Und... Oh, okay. Ich bin wieder ein Spieler. Ja, ja, ja. Lass mich raten, was für Roblox gekauft. Nein, nein, nein. Okay, krieg mal ich nicht rein. Ich hab ihn. Du musst ja vertraut. Oh mein Gott. Hier sind zu viele Leute. Es sind zu viele Leute hier. Ich hab... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, wir warten um die Ecke. Das Monster ist hier. Das Monster, rennt weg! Wer ist das Monster? Junge, ich weiß es nicht. Aber oben ist der Sheriff. Ist es der TV-Man? Es ist der TV-Man und... Oh nein. Er hat mich gesnappt. Nein, Freund. Und erledigt alle. Und er verwandt sich wieder zurück. Und, ähm... Einfach Sui ist der Sheriff. Was? Schau mal, wie ihr alle auf der Treppe erledigt wurdet. Junge, er hat ihn aber erledigt. Ja, okay. Das wurde das Monster wieder verloren. Noob. Noob, noob. Noob, noob. Noob, noob, noob. Wie ihr bist denn das Monster gewohnt? Meine Chance liegt nur bei 10%. Yo, meine Sheriff-Chance ist bei 2%, äh 6% und Monster 2. Whoa. Oh mein Gott. Ich hab mich echt trocken vor diesem Skelettbild, muss ich sagen. Aber, Vitamine, ich glaube, ich schau mich hier genauestens um. Sie könnte es sein, aber sie könnte auch das Monster sein. Oh, hier könnten so viele sein. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Einmal können die Türen öffnen und schließen. Das ist cool. Ich bin auf der Raumstation. Oh, ich bin beim Sheriff. Okay, der TV-Man ist anscheinend der Sheriff. Moin. Hey, Navita, Minot. Oh mein Gott, wieso sind hier so viele Leute? Ich hab keine Ahnung. Ich renne einfach nur. Guck mal, ich mach die Türen zu. Bam. Oh nein, wenn ihr einen das Monster ist, dann war es das dir. Ja, ich renne auch lieber. Oh mein Gott, es ist hinter mir. Es ist hinter mir, das Monster. Was? Ich wurde erledigt. Ich wurde erledigt. Nein. Nein, da liegen wir Freunde. Ich seh's. Senti, guck mal, ich hab's geschlossen. Warte, ich lebe noch. Ey, Moin. Guck mal, guck mal, wer hier liegt. Dein Bruder? Das bin ich. Ich wurde erledigt und ich lebe wieder. Ist doch gut. Okay, okay, easy. Aber ich hab jetzt immer noch nicht gesehen, wer das Monster ist vom Aussehen. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich hab nur gesehen, das ist ein Monster. Da hinten ist es. In der Mitte. Ich bin in der Mitte. Oh mein Gott. Hier hinten rennt es. Oh mein Gott, okay. Weißt du, wer es ist? Ah, es ist der mit dem Lobby. Es ist der mit dem Sui-Came. Oh, Sui. Okay, Raumstation. Junge, er hat mich blockiert. Oh mein Gott, nein. Okay, wir brauchen eine Waffe. Weißt du, was da hilft? Was? Ein Dance. Ey, yo. Ey, yo. Ey, yo. Ey, da oben ist meine Hübelstunde. Sie tanzen mit. Ey, yo. Ey, yo. Ey, yo. Ey, yo. Oh mein Gott, Senti, du kannst dich Sheriff-Waffe holen, ne? Okay, okay, okay. Oh, oh yeah. Oh, yeah. Schau die Moves an. Nee, geh nicht runter. Geh nicht, da ist das Monster gerade. Oh mein Gott, wo ist das Monster? Genau unter euch. Ja, wir machen den Spaghetti-Dance gerade, aber okay, okay. Ich würde sagen, wir müssen es probieren. Wir müssen es riskieren. Okay, geh runter. Okay, okay, ich bin unten. Ja, und dann auf der anderen Seite, auf der anderen Seite. Oh, man sieht die Waffe, man sieht die Waffe sogar. Ja. Da musst du hin. Hier, stell. Renn. Okay, duf das rein. Oh, sie hat die Waffe. Ey, ich bin nicht das Monster. Ey, yo. Ey, yo. Ey, yo. Ey, yo. Oh mein Gott, okay, wo ist das Monster? Wir müssen das zusammen schaffen. Sie, sie muss das Monster erledigen jetzt. Da ist es. Hier, hier, hier. Komm, komm zu mir, komm zu mir. Wird die eigentlich Türen wieder öffnen? Äh, oh mein Gott. Da ist die. Ja, ja, ja. Ich glaube schon. Das Monster sucht uns und wir suchen das Monster. Oh, stopp. Pass auf, bitte, bitte, bitte. Nein. Du wurde erledigt. Ja, okay. Es liegt an mir. Es liegt an mir. Nein, das Monster hat gewonnen. Okay, Vitamine. Diese Runde werde ich... Oh, ich bin Sheriff. Und ich bin Monster. Was? Vitamine, ich glaube, du hast das Spiel heute nicht verstanden. Wenn du Monster bist, sollst du es nicht sagen. Aber soll ich... Ich weiß nicht. Wie soll ich sagen, dass ich Sheriff bin? Also soll ich meine Waffe rausholen? Boah, ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Aber ich werde verfolgt schon von zwei Leuten. Ich gehe ein bisschen auf Distanz. Wir beobachten hier alles ganz genau als Sheriff. Okay. Bis jetzt habe ich noch nichts gesehen hier. Und du hast etwas Monster. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Oh, hier sind ganz viele Zimmer. Ja, hier sind ganz viele Leute, Freunde. Ich halte Abstand. Oh, nein. Näher dich nicht mehr an. Näher dich nicht mehr an. Wie hier siehst du das Monster? Wo bist du? Vitamine. Ich bin wirklich nicht. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Wieso sind hier alle Leute oben? Ich weiß nicht. Ich renne vor die ganze Zeit von den Leuten weg. Alle rennen vor allen weg einfach. Leute, bitte nicht. Bitte nicht. Ich bin einmal Sheriff. Aber komm mal mit hoch. Ey, oben. Oben sind richtig viele Zimmer gewesen. Ich kann keinem mehr trauen. Ich traue gar keinem hier. Boah, schau mal hier oben. Guck mal. Und dann hier links. Das sind ganz, ganz viele Räume. Das ist mir hier ein bisschen zu eng. Das ist mir hier ein bisschen zu eng wie Vitamine. Oh, nein. Ja, jeder könnte das Monster sein. Oh, mein Gott. Ich schaue um die Ecke. Ich schaue um die Ecke. Nein, ich bin hier raus. Ich bin hier raus. Einmal aus dem Weg. Schiri spricht Sheriff Sandex. Alle bitte aus dem Weg. Ja, vielen Dank. Okay. Sheriff Sandex, bitte tun Sie das, was hält. Vitamine, es verfolge ich ein Mädchen. Er hofft mich zu verfolgen. Er hofft mich zu verfolgen. Ich glaube, das ist ein Noob-Mörder diesmal. Ich habe doch gesagt, du bist es. Ich bin es nicht. Noob. Noob, 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 noob. Noob, 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 noob. Das ist Monster. Oh, mein Gott. Wo? In der Mitte. Oh, mein Gott. Es ist grün. Ja, es rennt wieder. Ich erschieß es. Oh, mein Gott. Und daneben. Das war jetzt nicht dein Ernst. Oh, mein Gott. Okay, ich habe alles zur Kontrolle. Leute, rennt weg. Du hast gar nichts unter Kontrolle. Ich habe alles zur Kontrolle, Leute. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Es ist bei uns. Du hast gar nichts unter Kontrolle. Helfen Sie. Aus dem Weg. Sheriff Sandex wurde erledigt. Warum springst du in das Monster rein? Es ist nicht gekommen und ich wusste nicht, was da ist. Vitamine, du wusstest es schafft. Junge. Schnapp dir meine Waffe. Oh, mein Gott. Okay, okay, okay. Wir haben einen neuen Sheriff. Wir haben einen neuen Sheriff in der Stadt. Es ist Vitamine. Ich sage doch, das ist nicht so einfach damit. Was? Ein Schuss und Tod. Okay, nicht schlecht. Leute, ich habe euch gesagt. Sheriff Sandex hat alles unter Kontrolle. Lasst es ab ins Gefängnis. Juhu. Ich habe 22% die Chance, Sheriff zu werden. Und, okay, ich bin wieder ein normaler Spieler. Weißt du was, Vitamine? Ich vertraue jetzt ihm hier. Ich sage, er ist nicht das Monster. Okay. Oh, er ist Sheriff. Guck. Oh, mein Gott. Und jetzt verwandel du dich als Monster. Komm. Okay, drei, zwei, eins und. Eyo, 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 Eyo. Guck mal, der Pinkler. Ey, der Sprinkler. Der Sprinkler. Ich meine, würde ein Monster das tun können? Nee, ne? Ja. Nein, das wird doch ein Monster, die was machen. Vitamine. Wir sind hier ganz schön alleine. Hier links ist es. Hier an der Wand. Ja, ja. Das hat schon eine Wand verwandelt. Ich wollte gerade so tun, als wäre ich das Monster. Oh, nein. Raus. Nein, es ist Mädchen. Es ist Mädchen. Renn. Es ist dein Problem, Jens. Es ist Sackgasse. Ciao. Ciao. Weg rum. Oh, mein Gott. Ey, ich lebe. Ich lebe wieder. Oha, manche kann man rein. Ey, wieso kann man sich manchmal wiederbeleben? Du kannst dich komischerweise nur wiederbeleben. Okay, ich gehe immer zur Lobby wieder zurück. Oh, mein Gott. Ich bin im Klo drin. Nee, ne? Ich bin im Klo. Ich habe die Waffe. Nee, ich habe sie nicht. Oh, mein Gott. Hat der die Waffe? Nein. Oh, der Lauf-Vitamine. Komm schon, TV-Man. Der TV-Man. Was glotzt du so? Was glotzt du so mit deiner Glotze? Oh, mein Gott. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Das Monster ist um die Ecke. Ich locke es an. Ich locke es an. Boah, ich weiß nicht, Sandy, ob das eine gute Idee ist. Oh, der Stärre fällt die Waffe auf sie. Ist das Mädchen? Sie ist hier rein. Sie ist hier rein. Geht da nicht rein. Geht da nicht rein. Geht da nicht rein. Sie kommt drüben raus. Sie ist hier drin. Schieß aufs Mädchen. Ich habe die Waffe nicht. Hallo? Er macht schlecht. Oh, nein. Oh, nein. Äh, Vitamine? Entschuldige, kann ich bitte an die Waffe gehen, Herr Monster? Herr Monster oder Sie, Monster. Ey, yo. Ey, yo. Ey, yo. Ey, yo. Ich mache Dance. Warte mal. Ich mache Dance-Moves. Oh, mein Gott. Ich kann sogar was werfen. Weg da. Wir spielen einfach auf Zeit. Hey, ich habe die Waffe. Komm, hol sie. Hol sie. Ja. Juhu. Oh, yeah. Aha. Ich mache den Sprinkler. Yeah. Und. Komm schon. Kasch. Kasch. Nein. Ach, Mann. Nein. Ich bin wieder kein Monster geworden. Nein. Wo bin ich hier? Oh, wir müssen hier durch das kaputze Glas gehen. Oh, mein Gott. Vitamine. Hey. Nein. Was? Wie konnten die mich so schnell sehen? Oh, nein. Okay. Ich glaube, das war wirklich die schnellste Monster-Runde aller Zeiten. Du hast dich ja direkt in deinem Monster verwandelt. Es ist mir egal. Ich fände sie ganz herrlich. Jetzt bist du es wieder, oder wie? Ja. Ich habe es mir extra gekauft für 99 Euro. Warte, wirklich? Ja. Oh, mein Gott. Oh. Der Sheriff hat geschossen. Bist du der Sheriff? Ja, egal. Oh, mein Gott. Hau ab. Geh weg. Dir vertraue ich nicht nochmal. Dir vertraue ich nicht nochmal, Vitamine, ne? Was? Freunde, wir hauen ab. Wir hauen auf jeden Fall ab. Alter, es verfolgen mich alle. Es verfolgen mich einfach wieder alle. Das kann nicht sein. Unten ist das Monster. Unten, unten. Wo, 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 wo? Ich habe... Ja, unten. Keine Ahnung, wo. Ich war gar nicht oben irgendwo. Ich habe es nur unten gerade gesehen. Okay, okay, okay. Du bist das Monster, ne? Warte mal, was? Ich war oben. Du hast gerade gesagt in dem Moment, ich bin unten. Vitamine. Nein. Ich bin das Monster. Nein. Was? Wo ist das Monster, Leute? Hat wer das Monster gesehen? Irgendwie? Hallo? Was? Leute, wir können uns jetzt ins Monster verwandeln. Oh, mein Gott. Ja, ja, ja. Wir erledigen alle. Wir erledigen alle. Kommt her. Stillgeblieben. Boah, wie cool ist das als Monster, bitte. Jo, was passiert? Ey, das macht richtig Spaß. Oh, du hast echt fast alle, ne? Ich habe den Sheriff erledigt. Ich habe ihn erledigt. Okay, wir verwandeln uns wieder zurück. Und ja, das Monster hat gewonnen. Freunde, wir haben alle erledigt als Monster. Oh, Mann, ich will auch mal so ein... Ich will auch so gut sein wie du. Könnte ich vielleicht so gut sein wie du? Okay, wir werden es sehen. Vielleicht wirst du ja nochmal monzen. Ich meine, du hast zweimal bis jetzt, ne? Ja, ey, Mann. Das ist übelst nervig. Immer, wenn ich bin, spiele ich übelst schlecht. Oh, aber die Runde ist echt stark fürs Monster. Guck mal. Wir sind in so einem Minenschacht oder irgendwie sowas am Start. Das bedeutet, das kannst du in jeder Ecke verwandeln einfach. Das ist eine heftige Map. Warte, können wir hier raus? Komm mal. Hey, was? Wie, jetzt raus? Ah, nee, okay. Ich dachte, man kann hier raus. Ach, du meinst oben? Ey, das wird krass. Okay. Ich sage mir, du kannst es nicht dreimal sein, oder? Doch. Ich kann es immer sein. Echt, da bist du ja wieder. Man kann es immer sein, hä? Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass es sehr gering muss, da gibt. Aber ich werde wieder verfolgt. Ich werde wieder verfolgt. Haut ab, oder ich verwandle mich. Junge, ich renne dir hinterher einfach nur. Ich verwandle mich ins Monster gleich, Leute. Nee. Ey, ich habe das Monster bis jetzt auch noch nicht einmal gesehen. Wurde überhaupt einer schon umgeschnitzelt? Ich weiß nicht. Ich laufe die ganze Zeit hier im Kreisrohr, oder sowas. Aber das könnte ja TV-Man sein. Das Einzige ist, die Map ist relativ klein, ne? Ja, ich... Oh, einer wurde erledigt. Was? Vitamine. Du, sag nicht, du bist es wieder. Was? Du kamst gerade von der Richtung. Hä? Ich bin unten. Beim Wasser. Wo ist denn? Die, wie du bist es. Du warst gerade oben. Nein. Aber ist mir auch egal. Nein, das ist der Sheriff. Ist mir egal. Den Sheriff hole ich mir. Haha. Das kann ich sein. Wie oft wirst du Monster? Jungs, ich habe doch gesagt. Dafür habe ich mir für Robux gekauft. Nur, um gegen dich eine Runde zu gewinnen. Niemals. Oh mein Gott, Freunde. Okay, okay. Wir wissen. Vitamine ist das Monster. Ich habe nicht nur gesehen, wie er erledigt ist, du bist so weggelaufen. Ich habe deine Beine noch so gesehen, weißt du? Ich werde niemals gegen dich verlieren. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Der Kopf hat das Monster besiegt. So, jetzt spielen. 99 Robux, jetzt Monster werden. So geht das Spiel, die Vitamine. Es geht so. Okay, aber. Oh, Sheriff zu sein wäre auch nochmal cool. In der Map waren wir schon mal. Ja, das stimmt. In der Raumstation-Map oder sowas. Okay, ich sage, ich vertraue ihm hier. Freude, das ist jetzt unser Freund, dem wir die ganze Runde vertrauen. Ich sehe das Monster. Ich sage dir eins, du solltest nicht mir vertrauen, weil ich will es nicht. Ich habe gesagt, ich werde mir so lange das kaufen, bis ich dich habe. Das kann ich sein. Nein, nein, nein. Ja. Nein, oh mein Gott. Oh ja, endlich. Ich habe eine Runde dich umgeschnitten. Das kann nicht sein. Okay, Sadie, weißt du was? Jetzt kann ich von mir aus jede Runde sterben. Jetzt ist es mir so egal. Okay, Freunde, ich schaue dir zu. Ich schaue. Wow, jetzt erledigt alle. Hallo, ich bin der kleine Biede. Aber du musst auch die Runde gewinnen. Du musst alle erledigen erst mal. Ja, ja, ja. Ey, das ist mir so egal. Aber ich habe ein Erfolgserlebnis. Okay, der Sheriff ist hinter dir her. Hast du schon den Schuss gehört, Monster? Oh, okay. Nicht schlecht. Wie viele Spieler leben noch? Ich schaue mal. Okay, eine ist hier. Oh, es ist nur noch eine Person. Jo, und die versteckt sich, ne? Äh, ja, die ist halt in einem Raum. Hey, warte mal. Ich gucke einfach alle Räume ab. Okay. Ich glaube, das ist ja jetzt nicht schwer, irgendeinen Raum zu finden, oder? Hm, ja, das stimmt auf jeden Fall, Vitamine. Und oh, yeah. Sie hat die Waffe. Das bedeutet, sie kann ich doch erledigen. Okay, das denkst du aber auch nur du. Oh, da. Das ist auch noch die Pro-Spielerin, ne? Oh, ja, komm schon. Erledige Vitamine. Oh, sie weiß, dass du das Monster bist. Sie hat geschossen. Sie hat geschossen. Sie hat geschossen. Oh, mein Gott. Oh, was? Was? Ich hab keinen Bock mehr, Sandy. Ich habe keinen Bock mehr. Ein Zentimeter. Oh, das ist du erledigt. Ich find das nicht so witzig, ne? Oh, mein Gott. Was? Wie konnte das bitte sein? Oh, wir sind wieder Mienenschaft jetzt. Okay, ich bin diesmal wenigstens Sheriff. Okay, das ist gut. Aber, okay. Ich will die Waffe sehen erstmal, sonst vertraue ich dir. Okay, okay, okay. Ich vertraue dir. Was? Warum wolltest du sehen? Damit ich weiß, dass du Sheriff bist und du nicht lügst. Nee, du wolltest dich aus anderen Gründen sehen, oder? Ich wollte dich sehen. Damit du jemanden weißt, wie du als erstes umhauen musst, ne? Nein, damit ich dir glaube und dass du kein Böser bist oder sowas. Okay. Okay. Ihr hofft mich zu verfolgen, Leute. Geht weg. Was? Ich bleibe jetzt im Wasser. Das Monster. Sandy, was machst du? Ist das beim Wasser? Ich hab dich getroffen. Ja, Vitamine. Oh, wo ist das Monster? Wo ist das Monster? Hier ist das Monster. Das ist bei mir zu Hause gleich. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Schnell, Freunde, wir verwandeln uns. Okay, wir erledigen alle. Wo bist du, Vitamine? Junge, 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 Junge. Ich bin... Oh, da hinten. Papp! Nein! Ja! Ich hab dich gar nicht gesehen. Ich war... Also, wirklich übelst schwer hab ich dich getroffen. Okay. Ich bin ein normaler Spieler wie der Vitamine und... Oh. Oh, das war mein Gesicht. Oh nein, Vitamine. Ich glaube... Eyo, 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 Eyo. Okay. Okay, 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 okay. Okay, ich bin... Oh, guck mal. Ich bin in der Factory, ganz oben. Okay, ich bin auch in der Fabrik. Ich mach hier grad ein Dance-Battle. Keine TV-Man. Ich weiß nicht, wo du bist. Das Monster ist in der Factory. Das ist, glaube ich, dieses Mädchen wieder. Oh nein, wirklich? Ja, ja. Okay, es geht. Es geht irgendwo. Es ist wieder in der Factory. Okay, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Du sagst, es ist ein Mädchen. Ja, da hinten. Guck mal, auf der anderen Seite ist es da. Es ist genau bei dir. Oh nein, ich hab's gar nicht gesehen. Oh mein Gott. Hast du es nicht gesehen? Hä, ist von der Lady? Ja. Vor meinen Augen. Oh, ich bin auf der Toilette gespawlt, Vitamine und... Oh, weißt du, was ich für eine Rolle habe? Ich bin ein ganz normaler Spieler, seit langem. Okay, weißt du, was ich bin? Komm mal her, komm mal her. Ja? Traust du dich, traust du dich? Ich bin der Cheryl. Oh, aber ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen soll. Okay, wir schauen uns um. Das Mädchen läuft in die Richtung. Hier ist auf jeden Fall einer. Bis jetzt wurde keiner erledigt, muss ich sagen. Oh, wurden wir erledigt? Ich weiß nicht. Pass auf, ich stehe auch jetzt erstens, ehrlich gesagt, nur hier. Oh, das ist das Monster. Was? Es ist ein TV-Man. Es ist ein TV-Man. Okay, Sandy, bitte. Du musst nur treffen. Was? Ich habe getroffen bei mir. Alles aber. Bist du dir sicher, dass du hinterher rennen willst? Ja, er ist da hinten. Er rennt weg, er rennt weg. Komm her, komm her. Es ist... Oh, nein. Nein, nein, er verwandt sich wieder. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Wir wollten doch gucken. Ja, Sheriff Sedix hat hier... Oh mein Gott. Alles zur Kontrolle. Boom. Ja. Und da liegt das Monster down. Vitamine. Komm her. Okay, ich bin doch normaler Spieler geworden. Ich dachte, ich verwandle mich noch. Guck mal, ich male erst mal. Ich lese ein Buch. Mein Notizbuch. Okay, und dann verwandle ich dich in ein Monster, oder wie? Nö, ich dance dabei. Okay. Das ist mir sehr sympathisch. Ich muss sagen, ich dachte, du verwandle dich jetzt in ein Monster, oder sowas. Nein. Denn ich bin doch kein Monster. Wie kommst du denn da rauf? Hier ist der Sheriff. Der Nudelkopf. Der Nudelkopf. Okay, okay. Ja, hier. Mr. Bacon. Das bedeutet, dem können wir auf jeden Fall schon mal vertrauen. Das ist schon mal sehr gut. Aber ich gehe weg. Oh, funktioniert der Aufzug hier? Nee, ich glaube nicht, oder? Ah, schade. Ich dachte, der wird funktionieren. Ich dachte, Freunde, der Aufzug würde funktionieren. Aber anscheinend funktioniert der nicht. Okay, aber wo ist es eigentlich am sichersten? Ich weiß es nicht. Oh, mein Gott. Das Monster. Ich habe es versteckt. Es ist hinter mir. Es ist hinter mir. Es ist hinter mir. Das Monster ist hinter mir. Es ist unten. Oh, mein Gott. Wo ist es? Ich sage dir gar nichts. Ich weiß nicht, wo das Monster ist. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Komm mal hoch. Ich zeige dir mal ein OP-Versteck. Ja, okay. Ich komme hoch. Oh, mein Gott. Es ist ein Junges. Ja, ich komme jetzt hoch. Es war die ganze Idee. Ich komme nach oben. Ich komme nach oben. Ich bin oben. Guck mal hier. Hier habe ich mich gerade einfach versteckt. Vor, vor. Dem Monster. Hey, nein. Ich war das Monster. Oh, nein. Bleib stehen. Nein. Ich wurde erledigt. Aber ich habe Level abbekommen. Easy. Das gibt es doch nicht. Oh, mein Gott. Ich bin voll auf meinen Troll reingefallen. Und ich war heimlich das Monster. Und wir haben heimlich als Monster alle erledigt. Like, die Joggen, die Joggen nicht vergessen. Oder würde ich sagen, Freunde. Und wir sehen uns in unserem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.